Dem ehemaligen Reservesieger und des Vize-Champions, der war es erfolgreich, 13-jährigen Hibiscus von Letteba und der Hirtenacht von Wolstein, also Zucht von Veronika von Steven Bunker und dem gemeinsamen Sitz von Deming von Weidi und Detlef Kastner, das so rund mit Mikon Eilig im Sattel. Und dazu Petit Pompilou, der Jeff Kien auch war, dieser 8-jährige Wallach von Letteba und der Stadtmännchen, der von Wolstein, also beide zu Dreiviertel identisch gezogen. Ernst und Eintrachtragi aus beiden fähigste Züchterbesitzer sind die Familie König aus Hamburg, von Karin, Kürsten, Antipäti, Pompilou und längst übernommen. So, weiter, ich weiter, bevor die Tochter des Hauses füllen, ich will nicht, Herrlich, bitte mal so übernehmen uns. So, weiter, ich will nicht, Herrlich, bitte mal so übernehmen uns. So, weiter, ich will nicht, Herrlich, bitte mal so übernehmen uns. Applaus 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 Meine Damen und Herren, vor wenigen Wochen war eine Delegation deutscher Zuchtengste eingeladen und in Kanada, in Spruce Meadows, auf dem großen Springturnier der Familie Sutherland, Einmal mit den Russorkapazitäten der deutschen Städte gezogen und der Beweis zu stellen und die Viskus, der ist nach Spruce Meadows geflogen mit Nicole Bayer und hat dort behörig Werbung für die Intrachtragi-Kommission gemacht. Applaus 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 Applaus